Hallihallo, hallöle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Odyssey, ich hätte beinahe gesagt Valhalla, im DLC, in die, äh, das Schicksal von Atlantis. Ich habe jetzt nur noch die da unten. Ich habe gerade es echt geschafft, alles was hier so ist, zu meucheln. Das heißt, ich habe nur den und die beiden. Sofern ich jetzt richtig gesehen habe. Und dann bin ich froh. Ja, ihr wisst ja wie es geht mit Kommentaren, Like und Abo. In diesem Sinne sage ich schon einmal Dankeschön dafür, beziehungsweise ihr könnt auch gerne einfach nur ein Emoji da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal bei einem meiner Livestreams vorbeischaut. So, ich habe gerade gesehen, dass da noch ein Kollege langläuft, den ich vorher nicht markiert habe. Wo der schon wieder herkommt, weiß ich nicht. Könnt ihr jetzt ja sagen? Na, ich muss doch kurz warten. Und dann. Nee, auch noch halten. Kurz warten. Oh, das wäre jetzt ein Knaller. Nur noch ihn bitte. Ich glaube, acht Versuche habe ich dann gebraucht, um das hier zu erledigen. Letzte Worte des Rebellen. Gut. So, mein Problem ist jetzt natürlich... Wie mache ich das am besten? Dahin. Hoffen, dass es funktioniert. Das habe ich nämlich vermutet. Mein Problem ist nämlich der da. Und dann der da. Der da. Pass auf, das mache ich anders. Da er ja... ...da nur noch rumsteht, ne? Wie mache ich das so? Ich mache das mit Pfeil und Bogen, Leute. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Das ist nichts zu sehen. Das ist nichts zu sehen. Ja. Ja. Komm. Komm. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ohne die Marmor-Boogies anzumachen. Im achten Versuch, ich glaub acht oder neunter Versuch, Leute. So sieht das aus, wenn ihr im Grunde Stealth das Ganze versucht zu machen. Ich weiß, jetzt wird der eine sagen, das war ja nicht wirklich selts. Doch, war's für mich. Also wenn ich die letzten mit, oder ein paar mit Pfeil und Bogen gemacht habe, sie haben mich ja, sag ich mal, nicht wirklich gesehen. Äh, und von daher alles tippitoppi für mich. Und wie gesagt, nach der langen Zeit, die ich gebraucht habe, genieße ich gerade meinen Sieg. Ja. So, das heißt, was habe ich hier noch nicht gemacht? Ich habe immer noch ne Kleinigkeit zu tun scheinbar. Hä, aber hier ist doch nix mehr. Oh. Okay. Hat sich geklärt. Nur weil ich diesen Schatz nicht genommen habe. Ich glaube, es geht los, ne. So. Warten, kommt mein Pferd hier nicht? Ah, ich sag ja. Manchmal wünschte ich, ich könnte das besser. Aber auch nur manchmal, ne. Hä? Wo ist denn hier? Und da? Ne, das ist doch... Ach, okay. Ihr wollt mich ärgern. Okay. Dann ärgert ihr mich jetzt mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hey, hallo. Pass auf. Immer anders hoch. Da hin, da hoch und dann los. Da hin, da hoch und dann los. Ja, komm. Jetzt will ich kurz fahren ohne piepeln. Wollen wir jetzt sagen? Dann kann ich Stopp sein. Oh, bitte sehr. Oh, bitte sehr. Jetzt haben wir... Ne? Genau, so. Immer noch nicht? Wo hab ich... Wo hab ich denn einen nicht gemacht? Das ist so schlimm, wenn man so ehrgeizig gerade ist, dass man Bock hat, alles zu erledigen. Foto... Also, wenn ihr wisst, wo der letzte ist, haut's mal in die Kommentare, weil ich sehe nämlich gerade gar keinen mehr. Ich meine, jetzt können wir uns gerne drüber streiten. Aber, äh... Ich hab irgendwas vergessen. Also, hier eine Aufseherin. Das hätte ich jetzt nicht für vermutet. Hier ist die... Umkämpft ist besiegt. Aufseherin ist besiegt. Persephone ist gewiegt. Persephone ist gewiegt. Aufseherin besiegt. Er sagt mir aber trotzdem, dass ich das noch habe. Und hier ist auch Persephone ist gewiegt. Aufseherin besiegt. Okay. So. Delet. Das war aber knapp gerade, bevor der Kopf Aua macht. Hätte ich mal gesagt. So. Äh... Ich soll das hier schwächen. Ich habe die Anführerin besiegt. Und er sagt mir aber trotzdem... Nee. So. Hey, Karte. Nee. Nee, wenn dann wäre das hier noch... Ja, dann müssen wir da jetzt hin. Also, ich weiß noch nicht... In keinster Weise weiß ich, warum das so ist. Äh... Haben wir hier irgendwie so einen Schnellreisepoint? Nee, ne? Ich überlege gerade... Nee. Da werde ich auch nicht runterspringen. Das bringt nichts. Oh, jetzt kommt er. Reiten wir los. Vorbauts. Jo. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Aber egal. Das heißt, ich muss mich jetzt um die da kümmern. Das kriechen. Da mache ich mir ehrlich gesagt gerade gar keinen Kopf drin. Dass ich das nicht schaffen sollte. Dass ich da zumindest hinkomme. Die Frage ist dann nur, wie viel Versuche ich wieder brauche, um dorthin zu gelangen, wo ich hin will. Nämlich alles zu erledigen. Nämlich alles zu erledigen. Das wird die viel größere und schwierigere Frage meinerseits. Aber hey! Kann ja nur funktionieren, hätte ich beinahe gesagt. Da ist eigentlich nichts mehr. Das heißt... Hoch da. Leute, ich muss da jetzt hin. Na, ich werde es verfolgen. Was mache ich denn? Na, ich werde es verfolgen. Treff Persephone. Neuer Ort entdeckt. Ich habe so das Gefühl, das bleibt nicht dabei. Ich habe einmal den. Und dann hatte ich ja noch den. Ich werde erstmal den. Ehh. 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 Okay. Das übliche gerade wieder meinerseits. Weil... Ich natürlich jetzt wissen wollen würde. Und das würde ja bedeuten, der ist... Irgendwo hier, ne? Ja. Das meinte ich nämlich. Das elysische Gewölbe. Das elysische Gewölbe. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Hallo? 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 Sie haben es nicht mitgekriegt. Bitte. Da war doch was. Dann den. Dann den. Dann den. Dann den. Dann den. Dann bin ich aber auch ein Grabräuber, ne? Dann bin ich aber auch ein Grabräuber, ne? Geil, geil, geil. Dann habe ich den auch. Dann den. 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 Weil, jetzt kann ich ihn richtig schön ärgern. Und jetzt kann mich richtig schön D Erik machen. Was ist das? So, und jetzt haben wir hier irgendwo noch einen Schatz. Gott, Leute. Hä? Habe ich den Schatz denn jetzt nicht gesehen. Ich habe doch hier alles geschlindert, oder nicht? Ach, da. Da, wie auch was? Gott. So schnell kann man Kohle machen, ne? Ach, hier, da. Den habe ich echt nicht gelohnt. Ehi, ei, 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 ei. Da hat es sich ja richtig gelohnt, wa? Oh, durch der Isu. So, und ich kann jetzt einfach mal reingucken ins Inventor. So, und da habe ich ja bisher den hier gehabt. Und da habe ich jetzt gerade 6 Sinne. Ja, das klingt ja irgendwie so. 6 Sinne. 17 Attentat, 24 Adrenalin, 16 Attentat, aber Schwert und Jäger. Ja, dann nehmen wir den. So, und dann haben wir ja hier irgendwas neu. Ach, hier, genau, das war durch der ISO. Die habe ich noch. Warte mal, ich mache mal kurz runter auf... Das wäre sogar Stufe 60. Das habe ich nie gesehen hier gerade. Ach da. So, dann haben wir hier den Bogen. Das ist einmal ein Reflexbogen. Beziehungsweise... Ne? Jägerschaden, Attentatschaden, Kriegergift. Aufladetentur hier. Er macht mehr Schaden, ne? Aber deutlich. So, und dann haben wir jetzt noch hier. Und zwar Stiefel des Halbgotts. Kriege ich ja schon, ne? So, was haben wir hier? Schuhwerk der ISO-Wächter. Höfträgen der ISO-Wächter. Brustplatte der ISO-Wächter. Das ist... ISO-MIR-DOMEN. Ja, das ist nämlich mein Problem. Wenn ich da jetzt was wechsle, ne? Das muss ja auch passen. Hier, genau, das hier, ne? Mit den... Das einmal ist ISO-Wächter und einmal ISO-MIR-MIDONEN. So geht das nicht. Jo, Deli. So, dann gucke ich mal. Dann will ich jetzt erst mal... ...da hin. Und ich hab's das Gefühl, das ist nach unten. Genau. Schön auf der Rückseite. Dieser Nicht-Fallschaden in dem Game, ne? Ist natürlich... Oh, Marmor, ne? Oder? Nee? Begrabene Höhle der Stille. Erkenntnisse der Hüterin finden. Ich muss die Dinger doch anmachen können, oder? Nee. Scheinbar nicht. Glaubt euch diese Reichtümer an. Geile Höhle. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Wow. Nein! Nein! Hopp, komm. Ich krieg die Motten. Ich bin dagegen gesprungen, gegen den Vogel. Oh, Mann! raus 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 geht das noch natürlich schnell sprechen geht gerade nicht ok thema durch das springe ich auch ihnen an das springe ich ihnen auch an ich do wie oh man